Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zur 114. Episode von Hoax Seller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mystress Alexa. Hallo alle zusammen. Und der Hoax-Master. Und wir haben einiges an News am Ende der Sendung zu verkünden. Das machen wir natürlich dann am Ende. Aber es geht jetzt zum Beispiel schon darum, dass man sich zur Skeptiker-Konferenz in Köln anmelden kann. Das sind die Seiten online, wo man ja auch Alexa und mich dann im Vortrag sehen kann. Darüber berichten wir dann am Ende der Sendung nochmal und machen dann jetzt erstmal weiter. In der Story der Woche begeben wir uns diesmal in ein gutes deutsches Treppenhaus. Das ist jetzt noch nicht weiter spannend, aber es passieren auch manchmal die kuriosesten Sachen in einem solchen. Und eine solche kuriose Geschichte, also wirklich nach dem Motto, die verrücktesten Geschichten schreibt das Leben selbst, habe ich diese Woche zu verkünden. Und zwar geht es um eine Party, die in einem Mehrfamilienhaus stattfindet. Es ist feuchtfröhlich, es geht so richtig schön feiernderweise zur Sache. Und dem Gastgeber dieser Party wird dann ja irgendwann Geld geboten, so aus reinem Spaß, aus Jux und Dollerei, damit er in seiner kürzlich erworbenen kompletten Skiausrüstung das Treppenhaus runterfährt. Also so richtig über die Treppe mit den Skiern und so in voller Montur. So nach dem Motto, du traust dich doch mit Sicherheit nicht zu machen. In leicht angetrunkenem Zustand sagt der Gastgeber natürlich, okay, für das Geld, was ihr mir bietet, mehrere hundert Euro, mache ich das natürlich. Und schon geht es los. Er zieht sich also seine ganze Skiausrüstung an und fährt dann mit Skiern die Treppe runter. Das geht auch eigentlich so weit gut, obwohl er sich natürlich physisch nicht mehr so ganz im Griff hat. Irgendwann passiert dann leider doch ein Unfall und so ist das Ganze dann natürlich auch aktenkundig geworden. Eine ältere Dame tritt aus der Wohnungstür, aufgeschreckt durch den Lärm im Treppenhaus. Und genau in dem Moment kommt der Skifahrer vorbei und fährt die Dame im Treppenhaus um. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Das heißt, die Dame kommt ins Krankenhaus und am nächsten Tag, als der Skifahrer wieder einigermaßen nüchtern ist, sagt er sich, im Himmels Willen, was habe ich da gemacht? Das war ja nun schon mal irgendwie ein ziemlicher Fail, das Ganze. Er will dann ins Krankenhaus, will die Dame besuchen, stellt aber fest, dass sie nicht im Krankenhaus ist, zieht dann Erkundigungen ein und erfährt schließlich, dass sie in der Psychiatrie gelandet ist, weil sie die ganze Zeit behauptet hat, von einem Skifahrer im Treppenhaus umgefahren worden zu sein. Also absolute kuriose Geschichte, ich fand die ganz niedlich, so typisch vermischtes irgendwie. Eine Verkettung unglücklicher Umstände sozusagen. Ja, verdammt, genau. Aber so kann es halt gehen. Ja, dann schauen wir doch mal, ob da in der Geschichte was Wahres dran ist, wenn wir sie am Ende denn auflösen. In unserem heutigen Thema der Woche streifen wir etwas, was im Prinzip drei Schwerpunkte sozusagen hat. Zum einen berührt es den Bereich Präastronautik, passt also damit zu unserem Jahresmotto. Genau, Präastronautik, ja. Genau, das zweite ist, dass wir mit dieser Thematik auch durchaus den Bereich des Kreationismus berühren. Auch das ist ja eine Geschichte, mit der wir in Deutschland nicht ganz so viel zu tun haben, aber in den Vereinigten Staaten natürlich schon verbreitet ist und auch ständig weiter am Verbreiten ist. Und der dritte Bereich, den wir berühren, das sind Anhänger einer Theorie, nach der alles, was wir so als Sagen und Mythen bezeichnen, in Wirklichkeit Erinnerungen sind so eine Art verbremte Aufzeichnung von wahren geschichtlichen Ereignissen. Genau. Das sind so die drei großen Gruppen der Menschen, die dieser Theorie, die wir gleich beschreiben, anhängen. Mit aufgekommen in Europa auch wieder durch Erich von Denecken tatsächlich an dieser Stelle, deswegen natürlich auch die Präastronautiker involviert. Worüber reden wir? Wir reden von den Steinen von ICA, geschrieben ICA. Genau, und jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen Hö. Ja, genau. Das mal abgesehen vielleicht von dem Herrn Bartoschek, der sich mit dem Thema beschäftigt, der jetzt wahrscheinlich sagen wird, ah, das haben sie jetzt auch mal aufgegriffen, das Thema. Die Steine von ICA, sagen wir erst mal zunächst mal, was ICA ist. ICA ist eine Stadt im Süden der südamerikanischen Anden in Peru, 300 Kilometer südlich von Lima, liegt an der Panamericana und hat so roundabout 220.000 Einwohner und ist nicht allzu weit weg, schon ein Stück, aber nicht allzu weit weg von Nazca, wo die Nazca-Linien sind, über die wir ja auch nochmal eine Folge dann machen werden in jedem Fall. Aber angedeutet hatten wir auf jeden Fall schon, dass es diese Linien gibt. Wer die erste Folge zur Präastronautik mit Sebastian Bartoschek gehört hat, der weiß. Genau, deutlich, also ICA und ja, was hat sich in der Stadt ICA abgespielt, Alexa? Warum spricht man von den Steinen von ICA? Ja, wir begeben uns, ähnlich einer Story der Woche, in die 60er Jahre zurück. Und da trug es sich zu, dass ein Arzt, merkwürdigerweise, an einen Stein gekommen ist, der aus einem recht harten Material war, also ein recht hartes Gestein mit einer schwarzen Patina. Und das Besondere an diesem Stein war, da befand sich eine Gravur drauf, sehr kunstfertig gemacht. Und er hat sehr schnell festgestellt, dass sich, das wusste er anscheinend irgendwie, weil er sich damit beschäftigt, warum auch immer, dass es sich um einen ausgestorbenen Fisch handelt, bei dieser Darstellung auf dem Stein. Und er hat sich dann dafür interessiert und ist dann über die Zeit an immer mehr solche und ähnliche Steine gekommen. Also alle aus dem gleichen Material, unterschiedlicher Größe allerdings und mit ganz unterschiedlichen Darstellungen. Und so langsam fing das Ganze an, dann sehr mysteriös zu werden. Denn bei ausgestorbenen Fischen ist es nicht geblieben. Der Arzt, von dem du gerade erzählt hast, hat natürlich auch einen Namen, nämlich Javier Cabrera. Der heißt manchmal auch noch ein bisschen anders, habe ich, glaube ich, gesehen. Der hat noch so hinten dran Dr. Javier Cabrera Darger. Ja, also der wird unterschiedlich in den... Ja, aber gemeinhin als Cabrera. Genau. Beschreiben wir mal, also du hast den Stein mit dem Fischer gerade beschrieben. Er hat dann angefangen, weitere Sterne zu kaufen. Und zwar zunächst so über 300 Stück. Und dann hatte er einen weiteren Lieferanten, nachdem er diese 341 Stück hatte, namens Basilio Ushroia. Und dieser hatte ihm dann mit weiteren Quellen, mit denen er versorgte, dazu gebracht, in 35 Jahren eine Sammlung aus. Und da sind die Quellen auch unterschiedlich. Irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Steinen. Ja, so 11.000 habe ich öfter gelesen. Also genau, eine Zahl in der Größenordnung. Und so richtig los ging der Hype eigentlich erst, als er ein Museum drumherum gebaut hat, um seine Sammlung. Das war 1996. Genau. Das Besondere jetzt an den Steinen, und jetzt, also bisher ist das ja alles noch nicht so ungewöhnlich, also bisher war es ein Stein mit einem gravierten Fisch, von dem er gesagt hat, der ist ausgestorben. Das Faszinierende an den Steinen ist, die sind teilweise faustgroß, bis 80 Zentimeter, also so die doppelte Größe von Basketbällen. Diese Steine relativ schwer vom Gefühl her, so werden sie beschrieben. Und es sind Abbildungen von Dinosauriern auf diesen Steinen zu sehen. Das ist eine Sache, die viele Leute zunächst mal fasziniert hat. Und nicht nur das. Genau, nicht nur das, sondern es sind Dinosaurier im Zusammenhang mit Menschen zu sehen. Das heißt, auf manchen Darstellungen reiten Menschen auf einem Flugsaurier. Manchmal jagen sie einen Dinosaurier. Ja, manchmal ist aber auch eben zu sehen, dass sie in irgendeiner Form sie als Arbeitstiere benutzen oder sonst irgendwas. Oder Dinosaurier, die Menschen fressen. Auch solche Abbildungen gibt es. Genau, auch das. Es gibt noch andere Darstellungen, zum Beispiel von Menschen, die durch ein Teleskop blicken. Dann sagt man, dass manche Darstellungen zeigen, wie operative Eingriffe an Menschen vorgenommen werden. Also solche Dinge wie Operationen am offenen Herzen. Inklusive Gehirntransplantationen. Selbstverständlich Gehirntransplantationen. Und auch Schwangerschaftsabbrüche oder Kaiserschnitte oder ähnliche Dinge. Ein paar andere Steine zeigen pornografische Darstellungen. Da geht es auch um gleichgeschlechtlichen Geschlechtsakt und all solche Dinge. Das heißt also, das sind durchaus Darstellungen, die in vielerlei Hinsicht provozieren und Fragen aufwerfen. Die Abbildungen sind, wir machen ja Audio, wir werden natürlich im Forum dann auch ein paar Fotos verlinken, sind nicht so, dass man die sonderlich stark interpretieren müsste. Das kann man an der Stelle tatsächlich sagen. Also die Dinosaurier sehen auch erstmal so aus wie Dinosaurier. Ja, also da sind auch verschiedene Arten durchaus gut zu erkennen. Das heißt also, jeder, der schon mal irgendwo ein Dino gesehen hat, der wird dann sagen, aha, das ist jetzt ein Stegosaurus oder ein Prontosaurus oder keine Ahnung. Ganz wichtig, denn wenn wir uns natürlich nachher damit beschäftigen, was die Grundlage dieser Steine sein könnte, ist es nicht, dass man die Bilder fehlinterpretiert. Auch die Operationen am Herzen sind relativ eindeutig zu erkennen, die Teleskope sind eindeutig zu erkennen und auch solche Dinge wie Luftfahrzeuge, all das kann man sehr, sehr gut erkennen. Und also das ist offensichtlich nicht der Hintergrund, dass man diese Steine vielleicht fehlinterpretieren würde. Das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Ja, also vielleicht noch ein, zwei Worte zum Material. Das Ganze, also es sind eigentlich alle Steine, die aus dem gleichen Material sind, das hatten wir schon gesagt. Und zwar ist das Andesid. Das gehört zu den Vulkangesteinen. Und das Gestein selber ist sehr, sehr hart. Das heißt, das wäre sehr, sehr schwer zu bearbeiten. Nun sieht man aber relativ deutlich, dass eigentlich nur die schwarze Patina, die dieses Gestein über Jahrtausende überzogen hat, dass die weggeätzt worden oder nicht weggeätzt worden ist oder weggekratzt worden ist, graviert worden ist in irgendeiner Form. Diese Patina entsteht durch Mikroorganismen und Bakterien, die sich eben darauf ablagern. Das Ganze ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und was man dann eben kriegt, wenn man das irgendwie wegkratzt, das ist so eine helle Linie. Das heißt, die Gravuren selber sind dann eben so helle Striche und Flächen. Also Steine per se dunkel und die Bilder dann in helleren Linien. Vielleicht so, wie man sich das mit so einem weißen Edding vielleicht vorstellt, wenn man da auf einem Stift rumschreibt. So, jetzt hat man also ein Problem tatsächlich. Denn wenn Dinosaurier dort abgebildet sind, was sie offensichtlich sind. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, die Menschheit ist nicht ungefähr die angenommenen zwei Millionen Jahre alt, sondern es muss schon vor 65 Millionen Jahren, als es noch die Dinosaurier gab, Menschen gegeben haben, die sonst diese Steine nicht machen können. Das würde eine Menschheit vor der Menschheit bedeuten. Da gibt es ja einige Anhänger so einer Theorie, dass die Menschheit viel, viel älter ist, als wir glauben. Die zweite Theorie, auf die sich die Kreationisten stürzen, dass es für die hier ein gefundenes Fressen ist, ist die Tatsache, dass die Erde eben nicht mehrere Millionen Jahre, geschweige denn 65 Millionen Jahre alt ist, sondern nach all ihren Erfahrungen round about 6000 Jahre alt ist und von Gott tatsächlich geschaffen worden ist, so wie es im Alten Testament auch steht. Und insofern all das, was wir heute auf der Erde finden, innerhalb von 6000 Jahren auf dieser Erde existent gewesen sein muss, was bedingt, dass es ganz normal ist, dass Dinosaurier und Menschen zusammen existiert haben. Also zeitgleich auf der Erde existierten eben. So, der Mensch hat Dinosaurier dann eben ausgerottet. Es gibt noch eine leichte Abwandlung von dieser Variante. Das ist eine Theorie, der auch der Dr. Capreda angehangen haben soll, der übrigens 2001 verstorben ist, den kann man also nicht mehr interviewen dazu. Er sagt, die Dinosaurier sind eben nicht vor 65 Millionen Jahren ausgestorben, sondern sie haben einfach weiter überlebt, beziehungsweise seltene Exemplare haben weiter überlebt und sind dann eben zur Existenz gleichzeitig mit dem Menschen gekommen und daher eben diese Bilder. Eine ganz andere Theorie ist noch, dass die Menschen schon wesentlich älter sind, also dass die Entwicklung ja im Prinzip relativ so stattgefunden hat, wie die Wissenschaft es nachgewiesen hat, dass aber die Menschen sich sehr bewusst sind, dass es Dinosaurier gegeben hat, dass sie also irgendwie Erinnerungen hatten an diese Zeit und dass sie das irgendwie aufgezeichnet haben und diese Theorie wiederum bedingt, dass sie irgendwie unter Einfluss von Außerirdischen geraten sind, die ihnen da irgendwie ja Motive eingegeben haben und von der sie natürlich auch diese Hochtechnologie hatten, die da auf den Abbildungen zu sehen ist. Ja, Cabrera war ja letztendlich, also die richtig offizielle Meinung, die er vertrat, war, dass es eine Rasse von Außerirdischen gab, die vor 65 Millionen Jahren auf der Erde war, die überlegene Technologie besessen hat, die diese Steine hinterlassen hat und dann komplett alles wieder mitgenommen hat und weggeflogen ist, weil es irgendein dramatisches Ereignis gegeben hat auf der Erde, dem sie entfliehen wollten und was dann nur übergeblieben ist, sind die Steine. Wir können uns diesen verschiedenen Hypothesen nochmal widmen. Ich will an dieser Stelle vielleicht, weil das reicht nicht für eine ganze Folge, aber man kann das mal erwähnen. Also es ist ja so, dass die, ach so genau, die Außerirdischen, wo die hergekommen sind, hat das nämlich auch mal zu den letzten Plänen. Das machen wir da gleich nochmal, genau. Kommen wir vielleicht mal gerade zu den Kreationisten und Dinosauriern und Menschen zeitgleich. Da wird ja immer angeführt, dass es Spuren gibt, die sogenannten Man-Tracks im Paluxi-River von Glen Rose und in den Vereinigten Staaten. Und das wird immer als Beweis herangezogen, weil es dort Dinosaurierspuren und menschliche Fußabdrücke aus der gleichen Epoche gibt, die versteinert vorliegen. Also da gleichen sie die Menschschicht im Prinzip. Also direkt da müsste ein Mensch und ein Dinosaurier wenig kürzester Zeit gelaufen sein oder so. Ja, oder wenige Tage nacheinander. Und das wird immer als Beweis herangeführt. Und deshalb sind diese Steine auch nur ein weiterer Beleg dafür, dass es eben diese zeitgleiche Existenz von Menschen und Dinosauriern gegeben hat. Und dazu kann man sagen, ist natürlich völliger Blödsinn. Denn es hat einen Raubsaurier gegeben, der dort existiert hat, nämlich der Agro-Kantosaurus, so heißt der. Und der hatte einen dreizehigen Fuß, wie viele Raubsaurier, einen dreiklaurigen Fuß. Und der ist da langgelaufen. Und er hinterließ Spuren, wo man auch die drei Klauen sehen konnte. Aber unter bestimmten Bedingungen hat der Schlamm des Sees, durch den er gelaufen ist, durch das Seebett, wo er die Abdrücke hinterlassen hat, und diese Spuren so etwas verwischt, sodass letztendlich nur die Mittelklaue überblieb, dieses Dinosauriers, der Abdruck dieser Mittlerklaue. Und diese Mittelklaue hat dann doch unter bestimmten Bedingungen eine große Ähnlichkeit zum menschlichen Fuß. Auch von der Länge her. Auch von der Länge her. Und ja, so kommt es dazu, dass dieser Agro-Kantosaurus mit seiner Mittelzehe, also letztendlich hat er uns den Mittelfinger gezeigt, und damit die Kreationisten auf den Plan gerufen. Also das mal zu den sogenannten Mantrax, die immer wieder zitiert werden. Da werden wir auch noch einen Artikel verlinken, der das auch mal erklärt wird, weiteren Quellen. Da kann man das mal nachschauen. Aber das ist schon mal ganz wichtig. Also die gleichzeitige Existenz von Menschen und Dinosauriern ist höchst unwahrscheinlich. Insofern fällt natürlich da die kreationistische Weltsicht raus. Und ich glaube, wir müssen da jetzt auch nicht weiter erklären, dass das natürlich Quatsch ist. Ja, also wir hatten ja immer mal überlegt, ob wir dem Kreationismus eine ganze Folge widmen. Da hatten wir, glaube ich, auch in der allerersten Folge sogar mal drauf angespielt, dass wir das machen, dass das so unser Aufhänger ist. Aber letzten Endes lässt sich das doch relativ schnell von der Hand weisen. Und ich weiß nicht, ob wir da irgendwie ein ganzes Thema der Woche damit füllen können. Man könnte höchstens noch erwähnen, dass der Kreationismus selber jetzt inzwischen durch Begrifflichkeitsstreitigkeiten eher unter der Prämisse Intelligent Design läuft, weil natürlich Kreationismus als solches irgendwie die reine Provokation auch so gar nicht mehr so genannt wird, so beim Namen genannt wird. Es gibt einige Staaten in den Vereinigten Staaten, wo von Kreationismus laut Gerichtsurteil zum Beispiel gar nicht mehr gesprochen werden darf, wo Eltern also erfolgreich gegen Schulen geklagt haben, die Kreationismus als Unterrichtsfach haben wollten. Und die Folge war natürlich nicht, dass diese Irrlehre verschwunden ist aus den Köpfen, sondern man hat gesagt Intelligent Design, was im Prinzip alter Wein in neuen Schläuchen ist, wenn man es denn mal so formulieren möchte. Jetzt haben wir vorhin schon was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich eine Sedimentschicht, in der irgendwie Fossilien, Spuren, was weiß ich, gefunden werden. Lass mich gerade den Captain Obvious nochmal machen, für all diejenigen, die es nicht wissen. Also, wenn ich mich in die Erde grabe, dann ist es so, je tiefer ich komme, desto weiter in der Zeit reise ich zurück. Das ist ein Tagebuch im Prinzip. Genau, das wird jetzt die meisten nicht überraschen. Ich sage es aber nochmal an der Stelle, damit man gleich deine Ausführungen noch ein bisschen besser verstehen kann. Das heißt also, je weiter man nach unten kommt, desto älter ist das, was man vorfindet. In der Regel, es gibt natürlich Überwürfnisse und solche Geschichten, wo die Erde sich mal bewegt hat, aber grundsätzlich ist es erstmal so, je tiefer man gräbt, desto weiter zurück in die Zeit reist man. Weil jetzt haben wir über diese Steine schon einiges erzählt und jetzt würden einige sagen, ja, macht es euch doch einfach, Leute, datiert die Dinger und dann wisst ihr Bescheid, ob die jetzt uralt sind oder irgendwie aus den 60er Jahren stammen. Ja, wenn es mal so einfach wäre. Das könnte man tun, wenn man zwei Möglichkeiten tatsächlich hätte. Nämlich einmal, wenn das Ganze oder wenn diese Steine alle unter archäologisch einwandfreien Bedingungen gefunden und ausgegraben worden wären. Das heißt, wenn man den Fundort kennen würde, wenn man die Fundort Tiefe kennen würde und wenn man eben genau wüsste, in welcher Sedimentschicht das Ganze nun zu finden war, das weiß man nicht. Die Geschichten, wie genau diese Steine zu den Leuten gekommen sind, sind durchaus unterschiedlich. Manche sagen, die sind durch starke Regenfälle ausgewaschen worden, aus unterirdischen Höhlungen irgendwie in ein Flussbett getragen worden und dann in diesem Fluss hätten dann die Einheimischen diese Steine gefunden und dann irgendwie in die Stadt getragen und zum Herrn Doktor getragen. Manchmal hat er selber auch erzählt, die Steine würden aus einer bestimmten Höhle stammen, wo man sie gefunden hätte. Diese Höhle ist aber nie irgendwie erforscht worden. Man weiß bis heute nicht, wo die ist, hat er auch nie verraten. Dann hat er behauptet, dass er ältere Steine auch aus Gräbern hätte, dass schon sein Vater solche Steine gefunden hätte und mit ihm zusammen irgendwie da auf Expedition gegangen wäre, die er aus Gräbern geholt hätte. Auch da weiß man überhaupt nicht, um welche Gräber es sich da gehandelt hat. Das heißt also, auch das ist eine experimentelle Sackgasse. Da kommt man also nicht bei. Den Steinen selber zu datieren, ist schwer möglich. Bis unmöglich. Bis unmöglich. Also man kann jetzt nicht hergehen und da irgendwie die Radiokarbon-Methode anwenden. Das könnte man nämlich nur, wenn man irgendwie organische Ablagerungen hätte. Aber das Ganze, selbst diese Patina, ist ja fossil. Und insofern hat man da kein organisches Material, was man in irgendeiner Form datieren kann. Man kann zwar ungefähr sagen, dass es so und so viele tausend Jahre dauert, bis diese Patina sich in der Form und in der Tiefe oder in der Dicke als Schicht abgelagert hat, aber mehr auch nicht. Genau so ist es. Also haben wir im Moment zwei Probleme. Wir wissen nicht, wo die Steine herkommen. Das heißt, man kann dort nicht in den Sedimentschichten gucken, wie tief liegen sie denn. Und zum Zweiten, man kann sie nicht mit anderen technischen Methoden überprüfen. Und jetzt wird es eben schwierig. Wie kann man die Echtheit dieser Steine feststellen? Damit steht und fällt das Ganze. Also zunächst mal würde man natürlich sagen, die Abbildungen können nach all dem, was der bisherige Wissenschaftsstand uns sagt, nicht echt sein. Das heißt, die Steine können keine Abbildung von Menschen und Dinosauriern zeitgleich erhalten. Sie müssten neuen Datums sein, denn erst heute weiß man, wie die Dinosaurier ausgesehen hat, seit vielleicht 100 Jahren. Vorher wusste man das nicht. Trotz allem gibt es aber auch Berichte aus dem 16. Jahrhundert von solchen gravierten Steinen, die man in Peru gefunden hat. Also durchaus nicht von der Hand zu weisen. Wie kriegt man das zusammen? Das ist jetzt tatsächlich die spannende Frage. Du hast es schon gesagt. Es gibt auch, was die Gravuren selber angeht, verschiedene Behauptungen. Wir werden sicherlich auf eine Sache gleich noch zu sprechen kommen. Ich deute es hier nur mal an. Es gibt Wissenschaftler, es gibt zum Beispiel einen spanischen Wissenschaftler, der die Gravuren selber untersucht hat und dann zu ganz spannenden Ergebnissen gekommen ist, die darauf hinweisen, dass das ganze Fälschungen neueren Datums sind. Es gibt aber auch Anhänger dieser diversen Verschwurbelungstheorien, die sagen, ja Moment, man kann aber bei den Steinen nachweisen, dass die in den Gravuren selber schon wieder ein bisschen partynah angesetzt haben. Insofern müssen die Gravuren auch älter sein. Und des Rätsels Lösung ist, im Prinzip, es gibt solche und solche. Es gibt solche und solche. Zunächst mal kann man nochmal sagen, dass es also einen Archäologen gegeben hat namens Neil Stee, der die Steine untersucht hat. Und einen Spanier namens Vincente, ich spreche jetzt bestimmt falsch aus, Vincente Paris oder so. Ja. Stee hat die Steine untersucht und er hat festgestellt, dass an einigen Steinen die Patina zwar auf dem Stein ist, aber sich noch keine Patina auf den Gravuren entwickelt hat. Was bedeutet, dass die Steine so neu sein müssen, dass die Gravur dazu geführt hat, dass sich noch keine neue Patina gebildet haben konnte. Wenn die Steine 65 Millionen Jahre alt gewesen sind, müssten die Gravuren auch von einer gewissen Patina überzogen gewesen sein. Das hat er nicht festgestellt. Sie müssten auch wesentlich stärker erodiert sein, als es bei manchen Gravuren augenscheinlich der Fall ist, weil die wirklich auch so super neu und gut erhalten aussehen, dass man sich echt fragen muss, ob die so alt sein können. Der Spanier hat dann weiterhin auch festgestellt, dass man an diesen Gravuren auch Spuren von Poliermitteln und anderen Bearbeitungsarten modernerer Natur feststellen kann. Das heißt also, auch da scheint es so bei den untersuchten Objekten eben so zu sein, dass es Fälschungen sind. Was bleibt jetzt über? Also wir können dann nochmal sagen, es hat ja diesen Ushua Basilo gegeben, der dann selber zugegeben hat, dass die Steine Fälschungen sind. Bei einer polizeilichen Befragung. Genau. Das ist dann hinterher wieder revidiert und dann wieder revidiert worden. Also insofern, er hat gesagt, er hätte die gefälscht, um sie an Touristen zu verkaufen. Das musste er vor der Polizei sicherlich auch sagen, weil der Verkauf von archäologischen Artefakten unter Strafe stand. Die hätten dem Staat gehört und das wäre also höchst illegal gewesen, die zu verkaufen. In dem Moment, wo er sagt, das war eine Fälschung, weil es war ein Betrüger, aber das war dann nicht bestrafenswert, sondern da sind dann die Touris halt drauf reingefallen. Er hat dann hinterher nochmal gesagt, nein, sie seien doch echt gewesen und dann nochmal, auch nachdem Erich von Däniken zum Beispiel darüber berichtet hat über die Steine, hat der Ushu ja dann zugegeben, dass sie gefälscht sind. Er hat auch mal einen Stein für eine Fernsehdokumentation gemacht. Genau, er hat sogar preisgegeben, wie er diese Patina gemacht hat. Also er hat da irgendwas erzählt, was jetzt Hühner oder Kuh misst. Beides. Also einige Fälscher haben offensichtlich die Steine in Kuh misst gebacken. Es gab nämlich auch noch Fälscher, die noch mehr Steine hergestellt haben, nicht nur ihn. Genau, also dann ganz oft wird gesagt, naja, es können ja gar keine Fälscher sein, weil ein Mensch alleine kann nicht 15.000 Steine fälschen und tatsächlich hat es offensichtlich ja so eine rege Industrie sozusagen von Steinefälschern auch gegeben. wenn Herr Cabrera da irgendwie ein Museum baut und da Touristen anlockt, dann will natürlich jeder Touri einen echten Ica-Stein mit nach Hause nehmen und das war natürlich ein florierendes Geschäft. Ja, und die andere Alternative war eben die Steine, also einmal in Kuh misst zu backen, um sie Patina zu versehen und das andere war sie in einen Hühnerstall unter die Ausschaltung der Hühner zu legen und da haben sie dann offensichtlich auch eine Form von Patina entwickelt. Von Däniken hat ja selber in einem späteren Buch, lass mich das gerade noch sagen, Abstand davon genommen und hat gesagt, dass also offensichtlich die Ica-Steine doch in großen Teilen Fälschung sind. Das war aber erst in einem Buch, das zur Jahrtausendwende herum erschienen ist, also in seinem Buch aus den 70er Jahren steht drin in dem Buch Beweise, was 1977 erschienen ist, spricht er eben davon, dass das Beweise für präastronautische Gegebenheiten sind. Das hat er viel, viel später erst revidiert, nachdem sozusagen die Beweislast so groß war, dass er das revidieren musste beziehungsweise bevor mich jemand revidiert, ich vermute mal, dass er in dem Buch Beweise, wie wir das ja auch schon in der ersten Folge über Erich von Däniken gesagt haben, im Konjunktiv vermutet, dass die Steine nur durch Aliens hergestellt werden konnten. Wie er das ja gerne tut. Ja, also was ich mich auch immer gefragt habe und in einem Artikel, den wir auch verlinken werden, wird diese Frage eben auch gestellt, ist, wenn das jetzt eine so hochentwickelte, ein so hochentwickeltes frühperuanisches Volk war, was diese Steine hergestellt hat, was also irgendwie Gehirntransplantationen vornehmen konnte und ähnliche Dinge, warum suchen die sich ausgerechnet Vulkangestein aus, um da eben irgendwie Aufzeichnungen, also ihre Bibliothek quasi da reinzuritzen. Ist jetzt irgendwie nicht so sinnvoll und warum hat man von diesem so hochentwickelten Volk eben nichts gefunden? Da muss man sich dann wirklich mal mit Occam's Razor fragen, was wahrscheinlicher ist, dass Aliens da ihre ganze Habe wieder eingepackt haben, bis auf eben diese Steine, die sie da gelassen haben, um Menschen zukünftiger Generationen an der Nase rumzuführen und dann eben verschwunden sind oder ob es vielleicht doch wahrscheinlicher ist, dass es sich um Fälschungen handelt. Ein weiterer interessanter Aspekt ist natürlich, wenn sie denn so hochentwickelt waren, warum haben sie damit Speeren die Dinosaurier gejagt und nicht mit anderem besseren Waffen? Also sonst die Diskope und Skalpelle benutzen, aber zum Dinosaurierjagen dann eben doch wieder Speere. Das hätte man dann ja auch ein bisschen besser anstellen können. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es solche Steine tatsächlich gibt, die auch ein beträchtliches Alter aufweisen. Das, bevor wir uns das jetzt wieder anhören müssen, ist nicht von der Hand zu weisen, nur eben diese fraglichen Steine mit diesen ganz abstrusen Darstellungen, da ist es eben doch höchstwahrscheinlich, dass es sich um einen Hoax handelt. Also Cabrera, lass uns das noch gerade sagen, hat natürlich gesagt, dass diese Aliens von den Plejaden stammen würden. das ist ein Sternenhauf mit relativ jungen Sternen, der einige hundert Millionen Jahre alt ist. Und man vermutet, so wie die Astronomie uns das heute sagt, dass die Sterne und die Sonnen, die dort sind, nur eine Lebenserwartung von wenigen Millionen Jahren haben. Was also heißt, wenn man sich mal unser Sonnensystem anschaut, wie lange es gedauert hat, bis sich hier so eine habitable Zone ausgebildet hat, plus Leben. Also selbst wenn es auf den Plejaden Aliens geben würde, hätten wahrscheinlich Schwierigkeiten, hier rechtzeitig hinzukommen. Aber das war seine These, dass sie von den Plejaden stammen. Es gibt noch eine weitere Sache, die so ein bisschen auf die Glaubwürdigkeit drückt. Es hat 1997 einen Besuch eines Kabel-1-Fernsehteams gegeben, bei Herrn Cabrera im Museum. Und ja, sie haben so ein bisschen Zweifel angemeldet. Sie hatten Steine dann auch mal aus dem Regal genommen und drüber gewischt und die Patina ging dann ab und bestand eher aus Schuhwichse zum Beispiel. Hatte dann der Reporter am Daumen, also der Daumen wurde schwarz, der Stein wurde hell. Was sie schon merkwürdig stimmte. Und dann war es so, dass dann Herr Cabrera, weil er sich so ein bisschen in die Ecke gedrängt gefühlt hat, gesagt hat, naja, ich habe ja noch Steine hier in meinem Geheimschrank, die kann ich gar keinem zeigen, weil dafür ist die Menschheit noch gar nicht reif genug, dass ich die zeigen kann. Aber ich zeige ihnen die mal. Und das Kamerateam hat dann mit versteckter Kamera dieses Separe sozusagen dann auch gefilmt. Und da waren dann Abbildungen zum Beispiel von Da Vinci's Abendmahl auf einem der Steine drauf. Oder auch Jesus-Motive und Kreuzigungsszenen. Das heißt, die konnten nicht nur in Vergangenheit gucken, diese Menschen, sondern auch in die Zukunft oder wie? Oder was? Es drängt sich der Verdacht auf, dass da so ein paar Fälscher ein bisschen übermütig geworden sind und er die Steine erstmal nehmen musste, wahrscheinlich, weil sie ihn sonst hätten auflegen lassen. Aber er konnte diese Steine natürlich nicht in seinem Museum ausstellen. Insofern, leider habe ich noch kein YouTube-Video von dieser Dokumentation gefunden oder kein Video im Netz. Die hieß, das Geheimnis der gravierten Steine von IK, eine Kabel-1-Dokumentation. Wenn die einer finden sollte und uns die nochmal irgendwo reinschmeißen kann als Link, das wäre natürlich super. Dann könnten wir es doch selber nochmal anschauen. Aber diese Sendung wird mehrfach in verschiedensten Quellen zitiert. Es gibt auch Aussagen von Fälschern, die gesagt haben, ja, wir haben uns dann irgendwie an Comics, an Fernsehen und allem, was wir so irgendwie kulturell in die Finger kriegen konnten, da orientiert und da unsere Motive gesucht. Und das passt natürlich da ganz gut in das Bild. Was man an dieser Stelle nochmal ganz explizit sagen sollte, denn das ist auch eine Argumentation derjenigen, die glauben, dass alle Steine in diesem Museum echt sind, immer ans Feld führen. Ja, es gibt echte Steine. Es gibt echte gravierte Steine, die sehr, sehr alt sind. Die zeigen aber in der Regel Pflanzen oder Blätter oder Tiere, die tatsächlich in dieser Gegend vorgekommen sind. Und die scheinen tatsächlich sehr, sehr alt zu sein. Das ist so. Es wird dann immer behauptet, dass alle 11.000 Steine oder 15.000 Steine in dem Museum wissenschaftlich untersucht worden sind auf ihrer Echtheit. Und da muss man schon Bedenken anmelden, denn so etwas vernünftig zu untersuchen bei 11.000 Artefakten würde Jahre, Jahrzehnte dauern. Und es gibt keinen Bericht darüber, dass diese Steine von Wissenschaftlern angeschaut worden sind. Insofern gibt es wohl eine Reihe von echten Steinen und eben eine große Anzahl von Fälschungen. Die echten Steine sind aber auch anders gearbeitet. Die sind im Reliefstil gearbeitet. Das heißt also, die Figuren sind reliefartig herausgearbeitet und nicht graviert, also mit Linien und so wie man das eben von diesen berüchtigten IK-Steinen kennt. Genau. Also eine andere Technik, die da auch noch hinter steckt. Und das sollte man an dieser Stelle nochmal beachten. Schönes Beispiel. Es gibt eine Seite mit sehr schönen Abbildungen, die werden wir verlinken. Die könnt ihr euch dann angucken, da werdet ihr viel Spaß bekommen. Und wir müssen an der Stelle festhalten, dass die gravierten Steine von IKAR mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der großen Masse Fälschungen sind, die dazu dienen, sie an Touris zu verkaufen oder aber, dieses Museum ist natürlich inzwischen ein richtiger Standort geworden, Touris anzulocken, die ins Museum gehen. Und leider, wenn man da mal so ein bisschen danach guckt, finden wir noch schon einige Vorträge der Kreationisten, die das natürlich als absoluten Beweis für ihre Ehelehre ins Feld führen. Ihr wisst es jetzt besser, wir haben für euch recherchiert. Und jetzt wollen wir nochmal diese Geschichte auflösen mit dem Skifahrer, der die alte Dame im Treppenhaus ist. Völlig verrückt. Dann wollen wir mal hören, ob das wenigstens stimmt. Die Auflösung hat ein übermütiger, leicht angetrunkener Skifahrer tatsächlich bei einem Scherz im Treppenhaus eine ältere Dame über den Haufen gefahren, die daraufhin aufgrund dieser Behauptung von Tatsachen in der Psychiatrie gelandet ist, fälschlicherweise. Das Ganze hätte natürlich irgendwie so unter dem Motto kuriose Geschichten, die das Leben schreibt, so passieren können. Es handelt sich hier aber um eine moderne Sage, weil das Ganze in sehr, sehr vielen verschiedenen Varianten auftaucht. Und natürlich so ein bisschen wie der Junggeselle bei seinem Junggesellenabschied, so nach dem Motto Scherz kann auch mal böse ausgehen, zeigt, wie schwierig es doch ist, beim Feiern nicht über die Stränge zu schlagen und dann auch mal irgendwie Mist zu bauen, der dann ein bisschen unglücklicher ausgeht, weil jemand zu Schaden kommt. Das Ganze ist eben in verschiedenen Varianten unterwegs, ist aber tatsächlich eben nicht aktenkundig zum Beispiel. Also das würde ja durchaus bedeuten, wenn dann die Sanitäter irgendwie die Dame abgeholt hätten, dass sie dann schon irgendwie erfahren hätten, wie das Ganze passiert ist und erstens der Dame geglaubt hätten, weil sie ja selber Zeugen waren, wie das Ganze zustande gekommen ist und zweitens aber auch das Ganze natürlich irgendwie aktenkundig geworden wäre, sodass man es eben nachprüfen kann. Ja. Ja. Außer Spesen nichts gewesen. Schade, aber eine sehr schöne Geschichte, die man vielleicht mal auf der nächsten Party wieder erzählen kann. Nicht zu viel trinken, Leute. Genau. Und schon gar nicht mit Tieren durch das Treppenhaus fahren. Ja, ungünstig. Was wir an der Stelle noch ankündigen können, ist die 22. Group-Konferenz, die jetzt vom 9. bis zum 11. Mai stattfinden wird in Köln. Steht an dem Thema Pseudotherapien und am Publikumstag, dem 9. Mai, werden ja sozusagen sehr viele Leute, die ihr aus Huxilla auch kennt, dort beim Publikumstag Vorträge halten. Beginnen wir jetzt mit Alexa und mir. Wir werden ab vier nach zwei was zu düsteren Legenden erzählen. Danach ist der Herr Bartoschek mit dem Thema... Also nicht zu den Filmen. Nee, nee, nicht zu den Filmen, sondern generell, genau. Danach ist dann Sebastian Bartoschek dran mit dem Thema zu Spukz und Marc Benicke wird dann mit Bernd Harder zusammen noch ein paar Sachen über Mystery... Skeptischer Dönikens. Naja, diesmal heißt es seltsame Dinge mit Marc und Magister of Mystery. Aha. Fünfmal rätselhaftes und dreieinhalb Erklärung. Das ist sozusagen der Tag des Publikumstages. Es wird dann am Freitag und Samstag, 10. und 11. Mai, verschiedene Vorträge gegeben zur Pseudomedizin und unter anderem als Redner derzeit bestätigt sind für die beiden Tage, die ihr auch schon kennt, vielleicht aus dem Skeptoskop Martin Lambeck, der ja sein eigenes Skeptoskop schon hat, der was erzählen wird zu Parasuppwissenschaften als gesellschaftlich akzeptierte Parallelwissenschaften und ein Vortrag, auf den ich mich sehr freue, am Samstag ist der von Holm Hümmler, der bei uns ja auch schon beim Skeptoskop und auch bei Huxella zu Gast war mit dem Vortrag Nazi über uns von Flugscheiben und euch Schwabenländern. Herrlich, also das wird sicherlich auch ein sehr schöner Vortrag sein. Anmelden kann man sich jetzt online zur GWOP-Konferenz, den Link werden wir dann auf unserer Seite stellen und ihr habt natürlich bei der GWOP-Konferenz die Gelegenheit, ganz viele Leute neben uns und Mark Wenicke und Holm Hümmler und Martin Lambeck, die wir gerade schon genannt haben, zu treffen, die ihr sicherlich aus der einen oder anderen Huxella-Folge schon kennt und generell, wenn ihr mal euch mit Skeptikern auf einen Haufen austauschen wollt, dann kommt er hin. Sven Rudloff wird in jedem Fall da sein, aus dem Psychotalk bekannt. Also all so, die in der Huxella-Familie vertreten sind, werden dort vor Ort sein und ihr könnt euch mal ein paar skeptische Vorträge auch anhören. Das sind immer ganz schöne Veranstaltungen. Worauf wir an dieser Stelle jetzt auch hinweisen werden, ist, dass wir dann am 10. Mai... Ich wollte gerade fragen, ob du es schon ankündigen willst oder nicht. Also wir haben noch eine kleine Abendbespaßung. Genau, am 10. Mai ist also zunächst mal das Buffet für alle Konferenzbesuche ab 19.30 Uhr. Aber man kann am 10. Mai uns auch treffen in Köln. Und zwar ab 21.00 Uhr werden wir im Cosa Nostra. Da haben wir schon einmal ein Hörertreffen gemacht am Rheinufer, genau. Wir haben den gesamten Laden gemietet und da wird es ein riesen Hörertreffen geben und allein durch die Huxella-Familie sind diverseste Podcast-Publikationen inzwischen vertreten. Das heißt, natürlich werden Alex auch nicht da sein. Sebastian Bartoschek wird da sein. Sven Rutloff wird da sein. Wenn nichts dazwischenkommt, wird auch der Christian von der Hörsuppe zum Beispiel da sein. Bisher angekündigt hat sich Andreas Wagner. Da wird der sagen, wer ist Andreas Wagner? Das ist der Komponist zahllosester Podcastmusik. viele Podcaster haben einen echten Wagner. Genau. Andreas hat unser gesamtes Sounddesign gemacht. Also ganz, ganz viele Leute, die ganz spannend sind und natürlich wäre es sehr, sehr schön, wenn auch ihr euch anmeldet. Tragt euch den 10. Mai schon mal ein. Wir werden demnächst dann nochmal einen eigenen Blog-Eintrag machen, wo ihr euch dann plus eins anmelden könnt, aber den 10. Mai grundsätzlich ab 21 Uhr in Köln schon mal vormerken. Und im Idealfall seid ihr sowieso auf der Konferenz. Sollte sich aus irgendwelchen Gründen an der Örtlichkeit noch was ändern, würden wir das natürlich so schnell wie möglich auch organisieren und euch dann darauf hinweisen. Also wenn wir jetzt nach den Anmeldungen irgendwie sehen, dass das alles so überhaupt nicht funktioniert, wie wir uns das organisatorisch vorgestellt haben, müssen wir nochmal umdisponieren und dann geben wir euch aber rechtzeitig Bescheid. Das sowieso. Wir erscheinen ja jede Woche und es wird ein bisschen Programm da auch geben, das kann man auch schon mal sagen. Also wir planen da so einige Dinge, das wird glaube ich eine ganz lustige Veranstaltung. Da droht sich, kommen in jedem Fall zur Konferenz oder wenn die Konferenz zu teuer ist oder so, dann kommt ihr halt zum Hörertreffen und auch da werden natürlich ganz, ganz viele Leute aus dem GWOP-Umfeld sicherlich dabei sein. Das als Ankündigung. Haben wir noch irgendwas, was wir ankündigen müssen, was wir vergessen haben? Fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Dann machen wir es im Zweifelsfall in der nächsten Woche. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Sonntag. Skeptoskop ist am Freitag erschienen, da könnt ihr jetzt reinhören mit Peter Ofenbeck, der ist Regionalgruppenleiter der Rhein-Ruhr-Skeptiker. Das war die Skeptikergruppe, bei der wir lange Zeit zu Gast sein durften, weil es in Münsterland keine eigene Gruppe gab. Da könnt ihr mal so ein bisschen aus einer Regionalgruppenarbeit hören, der GWOP. Sicherlich ganz interessant, das Interview. Und dann solltet ihr die Woche auch ganz gut rumbekommen. und dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Sonntag und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoxilla ist eine Rekordtube-Production aus dem Jahre 2013. Und wenn ihr mögt, dann geht's in. Und wenn ihr mögt, dann geht's in.